Sie sind die Initianten von diesem Sammelsack, in dem die Leute in den Haushalten die Plastikhalter hineinsammeln können, und das nachher zurückkommt und aufgeteilt wird. Dann gibt es verschiedene Klassen. Wir schauen dann, welche von diesen für uns brauchbar wären. Ich habe diesen Untertitel im Auftrag des ZDF, 2020 Ich habe diesen Wagen geteilt. Untertitelung des ZDF, 2020